Hallo Herr Bayer. Nicht von der Firma Bayer, sondern Herr Bayer Wiegalt. Wiegalt Bayer. Wiegalt Bayer. Ich fand Boning irgendwie schon interessanter. Hast du nicht mit Ditsche? Warst du nicht Pinke, Pinke, Stinke, Stinke? Hast du doch gemacht das Lied, oder? Der Song war ein Brüller. Alter Schwede, also ich hab den stundenlang, stundenlang gehört und so weiter. Ich bin damit eingeschlafen. Warum hab denn nie wieder einen Hit gebracht? Mief, Mief, Stinke, Stinke, so geht's doch. Aber, weißt du was, lieber Wiegalt? Ich hatte dich ja neulich auf Facebook. Dann bist du irgendwie rausgegangen, weil ich dir einen Link von einer Folge von Aliens in Hamburg geschickt hab. Da warst du so verärgert drüber, dass du so eine Folge kriegst. Aber wenn du Lust hast, kannst du gerne mal mitspielen. Ich wünsch dir alles Gute für die Hochzeit.